Durch die Gnade des Herrn wird es den Jüngern erlassen werden, zu fragen und auf Antwort warten zu müssen. Bis jetzt waren sie immer selber die Frage, weil sie noch an die Sünde gebunden waren. Und er war und vermittelte die Antwort als der Erlöser. Von jetzt an zieht er sie hinein in sein Wesen und damit in die Antwort. Von jetzt an werden andere Menschen fragen und sie werden antworten können im Namen des Herrn. So beobachtet Adrienne von Speyer zu unserer schönen Schriftstelle, die wir hörten aus dem Mund Jesu. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen, wenn es zu dieser Begegnung kommt zwischen den Jüngern und dem Herrn. Das ist nicht eines fernen Tages, sondern es ist schon jetzt. Wenn wir uns als Kirche zusammenfinden unter dem Haupt, dass Jesus Christus ist, dann sind wir nicht mehr die Frage. Wenn wir aus der Sünde herausgenommen sind, in die Begegnung mit ihm, dann werden wir durch ihn und mit ihm zu einer Antwort. Ich finde, es gehört zu den unbeschreiblichen Tragödien unserer Tage, dass die Kirche sich immer mehr darin übt, keine Antworten mehr zu geben. Wir können das auch in ganz neuen Texten nachlesen. Nein, diesen Eindruck muss man verweigern geradezu, dass wir Antworten haben. Wir sind selber auch wandernde Fragezeichen. Kein Wunder, wenn keiner mehr zu uns kommt, weil Fragezeichen gibt es in dieser Welt genug. Haben wir schon. Brauchen wir nicht noch mehr. Wir sind allerdings auch kein Apparat, wo man eine Münze reinwirft und dann eine Antwort herauskommt. Wir sind nur selber zur Antwort geworden, wenn wir in eine geradezu verschmelzende Verbindung mit Christus kommen, wie das in jeder Eucharistiefeier geschieht. Wenn wir uns einordnen lassen als Einzelne in das Gesamt der Kirche, in seinen lebendigen Leib, Christus. Denn so existiert er hier und heute in dieser Welt. Wenn wir lernen, mit ihm zu denken, zu fühlen, dann können wir in der Kraft des Geistes auch aus ihm sprechen. Und zwar keine neuen Fragen formulieren. Keine zuckenden Schultern. Und zu sagen, wissen wir auch nicht. Dann ist uns auch die Angst genommen, Antworten zu geben, weil es nicht mehr unsere Antworten sind. Nicht mehr das, was wir uns zusammenreimen und was unser kleiner, beschränkter Verstand jeweils hervorbringt. Das gilt für alle einzelnen Glieder der Kirche. Ob sie ein Amt, ein hohes Amt haben oder lediglich in Anführungszeichen nur getauft sind. Antworten geben kann man nur, wenn man in der Verbindung mit Christus ist. Und wenn wir uns als Kirche nicht mehr trauen, Antworten zu geben, dann müssen wir uns fragen, ob diese Verbindung zu Christus in Ordnung ist. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020